Ja, Hallihallo und herzlich willkommen hier auf MrFishy123. Ich bin der Flo und neben mir sitzt der Valentin und wir machen heute unser erstes Let's Play, oder? Ja, und gleich starten wir mit Purple Place. Wenn euch Purple Place jetzt nichts sagt, kann ich euch beruhigen, ihr habt dieses Weltklasse-Spiel bereits auf eurem Computer. Wenn ihr Windows Vista oder Windows 7 habt, findet ihr das einfach unter Start Spiele, Purple Place. Ja, es ist ein sehr oft gewählter Zeitvertreib, falls man langweilig ist, auf der Arbeit oder so, oder zu Hause, wenn man gerade irgendwas macht, naja, da sollte man eigentlich rausgehen, aber wir starten einfach mal. Es gibt drei verschiedene Häuser. Im rechten Haus kann man so ein Ratespiel machen. Da ist so eine Person und man muss raten, welche Augen, Nasen, Mund sind. Ja, das ist nicht so aufregend. Was haben wir im ersten Haus? Im ersten Haus, das ist eine Kirche, würde ich sagen. Da gibt's Memory, das kennt wahrscheinlich jeder von euch da. Wenn euch Memory jetzt nichts sagt, googelt's einfach mal, ihr werdet bestimmt fündig werden. Gibt's auch als Brettspiel, ganz neu, auf dem Markt. Ja, das ist eine Welt nachher. Ich glaube, letztes Jahr kam's raus. Um den Trehung, ja. Und in der Mittelnhaus, da ist das beste Spiel überhaupt, das ist eine Kuchenmaschine. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Genauso. Also hier muss man einfach Kuchen nach dem Format verbreiten. Hier heißt es rechtegige Kuchen, das heißt, ich nehme meine rechtegige Schablone. Okay. Brauter Teig. Kackbraun, bitte. Und rosa Glasur. Und zum Schluss noch einen schönen Smiley drauf, um das Ganze abzurunden. Und dann schicken wir den raus. Der Deckel kommt drauf und weg ist er. Der nächste Kuchen kommt. Der zweite von fünf Kuchen, die wir fertigen müssen. Das zieht sich jetzt so ein bisschen hin. Aber, naja, ist besser als nichts tun. Oder auch nicht. Ja, und das Schöne ist, es wird nie langweilig, weil es ist eine gewisse Abwechslung. Einmal ist der Kuchen braun, einmal gelb, einmal pink. Einmal rund, herzwärmig. Also für jeden, was dabei ist. Ich würde es empfehlen für 7 bis 99, oder? Ja. Ja. Perfekt. Ja, auf jeden Fall. Wenn man natürlich die Maus bedienen kann, das ist vorausgesetzt. Immer schön Linksklick machen. Linksklick. Also, die rechte Maustasse. Und Smarties drauf. Oder was ist das? M&M, Saribo, aber wir wollen keine Schleifung machen. Nee, wir wollen keine. Wir haben ja nicht mal eine YouTube-Partnerschaft. Wir sind ja voll scheiße. Schau mal. Bäcker sind wir jetzt. Ist das was? Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Wir haben vier von diesen kleinen Kremlins. Naja, sie sehen nicht wirklich aus wie Kremlins. Nennen wir sie Krimli. Nennen wir sie Orks, würde ich sagen. Schau dir mal an Herr der Ringe an. Also, ich sehe da schon die Ähnlichkeit mit der Zipfelmütze. Bestimmt, ja. Okay. Dann machen wir mal ein neues Spiel. Aber diesmal ändern wir die Schwierigkeit in Profis. Also, wir sind Profis. Ihr wahrscheinlich noch nicht. Aber wenn ihr mindestens drei Stunden anfänglich gespielt habt, könnt ihr euch auch den Profi-Modus zumuten. Ja. Jetzt haben wir ja einfach hier einen Kuchen mit mehreren Etagen, oder? Ja, und es gibt neue Sachen, wie zum Beispiel hier Feuer und da Zucker. Und hier kann man noch so eine Randglasur machen. Den nehme ich jetzt mal grün, weil da heißt es, man muss grün machen. Dann kommt die nächste Schicht. Wieder kackbraun. Eine gelbe Glasur. Die nächste Schicht. Gelb. Und noch ein vierseitiges Kleeblatt. Dreiblattriges ist das hier. Achso, habe ich mich verzeiht. Kein Glück. Kein Glück, nee, nee. Ja, also es ist wirklich immer spannend, weil man weiß nie gewiss, ob man jetzt einen Fehler gemacht hat oder nicht. Und deswegen ist die Spannung bis zum Schluss garantiert. Ah. Und ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, dass das nicht langweilig wird, aber... Ja, besser als nichts tun ist es auf jeden Fall. Weil man trainiert damit auch seine Intelligenz. Ich habe dieses Spiel gespielt, da hatte ich IQ von 150. Und jetzt habe ich 151. Natürlich, verstehst du, hört man natürlich auch schon in der Stimme. Ja, hallo. Oh nein. Jetzt habe ich... Oh, jetzt haben wir einen Fehler gemacht. Das ist jetzt kacke, da könnte ich mich aufregen. Scheiß, Spielmann, echt. Was soll denn das? Ey, echt, komm. Den müssen wir jetzt wegschmeißen. Oh, der müssen wir wegschmeißen. Ja, es ist doch Verschwendung. Ja, aber hilft nichts. Der Kunde wollte was anderes. Ja, der Kunde ist mir scheißegal, ich will hier gewinnen. Wir haben immer noch eine Chance, zu gewinnen. Kann man das Spiel nicht irgendwie umprogrammieren, damit jeder Kuchen genommen wird? Probier's aus. Falls ihr es geschafft habt, schickt uns einfach den Link dazu. Oder kommentiert hier unten. Interessiert uns zwar ein Dreck, aber es sieht einfach besser aus, wenn ein paar Kommentare unten stehen. Also kommentieren. Für alle die, die es noch geschafft haben, bis zu diesem Zeitpunkt zu gucken, würde ich mal sagen. Ja, es ist wahrscheinlich nicht ganz die Hälfte. Oh, wieder kackbraun, wieder gelbe Glasur. Was hast du heute noch so vor? Ach, ich glaube ich spiele das Spiel bis in die späten Abends. Man kann wirklich nicht genug kriegen. Also es ist auch ein nettes Geschenk, so für Geburtstag dieses Spiel ist immer der Hit. Solange die Leute noch keinen eigenen Windows haben. Das wäre dann peinlich, wenn die das Spiel schon mal gespielt haben. Und spätestens bei einem geringen Alkoholpegel ist es dann immer ganz lustig, was für Kuchen rauskommen. Ein sehr runder, gelber Kuchen. Oh, jetzt habe ich gelb vergessen. Auch bekannt wird im Namen der Rundling. Und wieder einen Smiley drauf und raus damit an den Kunden. Im Profilevel müssen es sogar sechs Kuchen sein, nicht nur noch fünf. Das ist schon eine harte Nummer. Da steht fertiggestellte Kuchen, fünf von sechs. Also es ist unser vorletzter Kuchen. Backe, Backe, Kuchen. Es ist sehr viel Klickarbeit. Falls Sie einen schwachen Zeigefinger haben, sollten Sie dieses Spiel vielleicht nicht spielen. Aber für alle anderen ist das ein lustiger Zeitvorteil. Und wir haben es geschafft. Nein, wir haben noch einen. Ne, wir haben es geschafft. Und wir sind wieder Rang Bäcker. Bäcker, Bäcker. Also Bäcker, ich kenne keinen, der Bäcker ist. Kennst du jemanden? Nö. Doch, bei dem wollte ich jeden Sonntag meine Semmeln holen. Aber der spielt bestimmt nicht Purple Place. Da hat er es gelernt. Der hat es gelernt. Ja, das war es schon wieder mit einem super tollen Purple Place Let's Play. Ja, mehr lässt sich nicht sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenigstens in einem Jahr gibt es eine neue Seite. Da haben wir dann vielleicht Purple Place 2 am Start. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann kommentiert. Hoffentlich positiv. Wir freuen uns über alle Kommentare. Über die negativen besonders. Die lösen wir halt. Ja, und melden euch als Spamverdacht bei YouTube. Aber mehr, glaube ich. Ich glaube, das reicht jetzt. Ich labere jetzt einfach noch ein bisschen, damit das Video länger wird und wir professioneller wirken. Ja, aber ich glaube, jetzt können wir wirklich Schluss machen. Ja. Ja, also jetzt ist wirklich Schluss. Jetzt. Nein, jetzt. Okay. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer MrFishy123. Ja. Ciao. Und nicht vergessen, abonnieren. Niemand würde euch dazu zwingen. Nee. Oder wir kommen mal in der Nacht. Nee, aber wir sagen das lieb. Wir haben das nicht nötig, so wie Herr Tutorial. Ich glaube, ich glaube jetzt mal. Ja, ich glaube auch, dass keiner mehr zuhört.